ja oder ich bin nicht sicher mein hirn funktioniert einfach schon wieder nicht irgendwas muss man sowas benutzen bitte auch nicht in der schule das straße ich bin aber noch hier das ist das problem wir machen hier gerade die aufnahme aber wir kommen noch dazu sollte man irgendwann auch die test werden endlich so ja ich hab's doch eigentlich macht egal hier sind wieder die vögel ja hier mittendlich nicht auf den gerüsteten gegner konzentriert oder wie auch immer der heißt rüstungswächter keine ahnung wo ist noch eine kiste so wirklich jetzt einfach die erste die können sie noch bewegen und ich nicht ist schon klar spiel ist fair kein problem ich habe schon verstanden ich hoffe wir kommen jetzt danach da irgendwann ran weil das spiel ist super es lässt ein vier mal für eine quest den dann müssen machen hat der damage von dem hier ach nur ich habe irgendwie noch auf jeden Fall glaube ich um die 100 wird mich erinnern aber das problem ist man kann die wenn man nimmt sich das kaum noch gebrauchen 900 wille am tag macht glaube ich keiner wenn schon habt ihr sehr viel freizeit auf 86 hast du ein ellis das freut mich für dich und gew noch die super gegner haben durchgehalten das gilt brauchten waff gegner haben zu überlebt es logik nein ich muss an der seite ja irgendwann aber bis dahin vergeht noch mindestens im dreiviertel jahr wie vorher erwähnt wir warten immer noch alle auf das war so wie event war so ob system so heißt das war ja 86 ok ja 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 da oben ist die kiste naja kiste da ist magischer brotteig einfach am boden das ist das system wenn man geld hat wurde ja ist wenn man aber dann sachen hat die man dann drüber die schlecht aussehen in aber sachen so viel zu lange satz wort wie auch immer Nee, so Kunde Ah, der ist auch da Kunde Ich sehe das alles eh nicht, was ich hier mache Ah, ok Okay, äh, so. Stimmt, wir haben ja im Moment das Ding Event von wegen verheiratet sein, weil bald Valentinstag ist. Yeah, ich hab jetzt erst mal das Item gekriegt. Sekunde, das war doch Rücken-Ding, ne? Äh, welch davon ist das? Das ist Bein-Glide. Mund, Augen. Der trägt das Ding ZZ um den Körper. Nicht wirklich, oder? Etwas, was du schon wieder machst, das kann ich einfach nicht zulassen, eigentlich. Aber ich kann auch nicht dagegen machen, das ist das Problem. Tja, ist halt so. No, kein Platz. Hab ich noch Willens-Trink? Fünf mir rein. Ich hab keine Willens-Trink, so wie es aussieht. Möchtest du einfach kämpfen? Na, zwar eine gute Seite. Egal. Hat hier nicht Schrott drin, was ich anziehen wollte, eigentlich? Kämpfe ruhig, wenn du willst. Ich komme in jedem Fall auf meine Kosten. Oh. Jo, bis später. Äh, Schalk, bis später. Hier. So, äh, werfen wir das weg, Punkt. Punkt. Guten Appetit. Äh. Ich möchte den Dungeon nicht bitte noch öfters machen. Der Dungeon wird langsam langweilig. Aber. Wir haben was für eine Quest das jetzt ist, wenn das jetzt hat. Ist besiege den Boss. Können sein, dass das der letzte One hier ist. So, freut euch. Los, freut euch. Los. Los. Ich glaube, es geht trotzdem noch recht schnell. Vago Kommandanten 4. Das sollten alle hier drin in dem Dungeon möglich sein. Was? Wir haben nur zwei Minuten, um die Sub... In Sub... Die Sub-Stage zu machen. Ist doch fast unmöglich. Ich nehme zwar jetzt noch über die Hälfte übrig, aber... Ne? Mir meine ich fast alles noch übrig, aber... Ich sage nichts zu kostenlosen... Erfahrungen. 190 Prozent. Das geht doch nicht. Ja... Jetzt hing... Kriegt mich das immer... Verstehe ich es nicht. Mit den letzten Aufnahmen habe ich... Hat mich das nie gekriegt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, 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 ja. Quaist abgeschlossen. Ball ist zu und die Glückwunsch freut mich für dich. Weil es tun, die hat zu schafft. Razor, oder wie man ihn ausspricht, in Ereda zu schlagen. Komm, wir freuen uns jetzt alle für ihn und geben dafür. Deswegen dem Video einen Daumen nach oben. No, ich habe keinen Mahler-Tränke mehr. Fuck, Sekunde. No, ich brauche keine hier mehr drin. Fuck. Ja, das treffe ich damit doch, oder? Ja, jetzt sagt. Ich sag dir etwas und nicht den Gegner, ne? Ach, stimmt. Ich schläge nur einen Gegner und... Vielleicht mache ich irgendwann ein Ereda-Video. Irgendwann. In einem Land... In einem Land... Lange nach unserer Zeit. Oder in einem Elsword lange nach unserer Zeit. Geht ja auch. Ja, Maul-Post, wir kennen dich schon. Zerschneidest immer die Luft. Freut mich, dich kennenzulernen, Maul-Post. Eigentlich lächst du auch nicht länger als eine Minute. Okay, ich gehe wieder nach oben hier. So. Verstehe ich nicht. Wieso mag niemand Ereda? Es ist doch toll. Wenn Eltern nicht diskutieren wollen, ja, das kenne ich. Teilweise auch nur, weil sie dann nicht wirklich zugeben wollen, dass sie vielleicht nicht ganz recht haben. Ne? Das kenne ich. Hat sie sich noch in meiner Bewegung? Bitte nicht. Das will mir jetzt nicht verarschen vorkommen. Ich habe es nicht aufgepasst, nämlich. Und fertig, Gott. Oh, ja. Schon wieder versteckte Klinge. Wot da? Faden ist hier los. Sonst habe ich es noch nie gekriegt. Und jetzt hat's... Nimm, Manuel. Nimm. Nimm. Jetzt ist eh voll der Waschlappen, ey. Lässt alles seine Drohnen und so Zeugs machen. Elshort, bitte, lass uns aus dem Ladeskene raus. Bisschen sehr... Danke. Muss nur nett mit Elshort reden. Yes, endlich. Palaststraße. Endlich. Aber erst mal brauche ich. Nein, danke. Ja, dann möchte ich meine Mana trinken hier haben. Ohne... Sagen wir es so. Ohne ist es ein bisschen... Blöd. Oh, ich hatte sogar noch welche. Ah, nice. So. 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 Gibt es eine vierte Person? Ja, komm, wir haben eine vierte Person noch da. Oh, ich habe noch gehört. Was ist mit... ...desbetrübten Geisterbären? Hm. Vielleicht ist es gar kein Geisterbär, sondern ein Eisbär. Oder Manuel Neuer. Ah, 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 ah. Ich habe auch noch die Kralle. Vielleicht verkaufe ich die irgendwann. Äh. Elshort, hier stehen vier Spieler. Bitte starte eine Gruppe mit vier Spielern. Jetzt. Sofort. In dieser Minute noch. Hier steht vier. Da steht zu 100% vier. Schauen wir mal in den Stream. Ja, da steht auch vier. Nichts passiert. Es gibt noch fünf. Fünf. Das ist genug für eine vierte Gruppe und eine Person. Elshort, please. Danke. Hat ja nur eine Minute gedauert, bis... ...endlich. Da geht uns auf. Dann kann dir gerne ein Amen mit dem denn das mit uns auch vielleicht nicht so, Dom.